Willkommen zurück bei Mass Effect. Ja, ich war gerade fleißig am Abarbeiten der Planeten und da habe ich doch... Anomalie geortet. Eine Anomalie geortet, genau so ist es. Allgemeine Notruf. Und hier ist sie ja schon. Benutzer nicht registriert oder Aufzeichnung beschädigt. Art des Vorfalls nicht vermerkt. Unterstützung benötigt. Allgemeine Notruf. Starte Sonne. Benutzer nicht registriert. Ein Notrufsignal. Die Scanner haben etwas gefunden. Hotspots der Allianz geortet. Und dann wollen wir mal schauen, was da unten so ist. Ich bin sehr gespannt, was wir hier finden werden. Scheint ein abgestützter Frachter zu sein. Eine Durchsuchung des Fracks liefert wahrscheinlich Informationen über die letzten Stunden der Estevanico. Warnung, das Frack könnte aus dem Gleichgewicht geraten und die Klippe hinabstürzen. Ja, ich merke es. Oh, das ist eine ziemlich wackelige Angelegenheit hier. Müssen wir einfach nur irgendwie hier runterkommen? Die Frage ist nur, wo kommen wir runter? Erstmal in Ruhe umschauen hier. Da, die Strebe geht nach unten. Hier kommen wir runter. Hoffentlich schützt das Ding nie ab, bevor wir hier fertig sind mit unserer Untersuchung. Gehen hier alle Wege mal lang? Immer in der Hoffnung, was zu finden. Was denn verwertbar wäre? Da oben ist doch was. Wie komme ich denn da hin? Hm, das scheint alles andere als einfach zu sein. Oder ich seh den Weg grad vor lauter Stahlträgern nicht. Komm ich da oben vielleicht doch irgendwie rüber? Ich bin grad ein wenig verwirrt. Also hier kam ich jetzt nicht weiter. Ja, jetzt verstehe ich. Jetzt hab ich mir da unten quasi eine kleine Brücke gebaut. Und jetzt hängt er hier. Och ne, jetzt hängt er nicht fest. Ich bin festgebackt. Nein! Na super, jetzt häng ich hier in der Luft und nichts geht mehr. Dann müssen wir wohl noch mal neu laden. Es tut mir leid. Wir machen einen kleinen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. Untertitelung. BR 2018